Wir wollen uns heute ein Beispiel ansehen, in dem es um eine Kreisscheibe geht, die am Umfang eine Punktmasse als Unwucht befestigt hat. Die Kreisscheibe selbst kann auf einer Unterlage rollen, reines Rollen, und wir haben eine Feder im Mittelpunkt dieser Kreisscheibe befestigt. Das Ganze wird also ein schwingendes System sein und die Bewegungsgleichung für dieses System wollen wir mit der Methode von Lagrange bestimmen. Wenn dir die Inhalte auf dem Kanal weiterhelfen, dann abonniere doch bitte den Kanal und gib dem Video gerne auch einen Daumen hoch. Vielen Dank dafür! Wir haben eine Masse, eine Kreisscheibe mit Masse Groß M. Die ist komplett homogen, also wir können das Massenträgheitsmoment ganz einfach als ein Halbmr² berechnen. Die hat aber zusätzlich hier eine Unwucht drinnen. Das heißt, wir starten mit dem Schwerpunkt der Kreisscheibe hier im Koordinaten-Nullpunkt und zu dem Zeitpunkt ist die Masse unten am Boden. Und die Feder ist genau A lang und voll entspannt. Das ist sozusagen unsere Ruhelage. Und dann zieht man das Ganze, rollt das Ganze auf. Und dann beginnt es natürlich irgendwie eine Schwingung zu vollführen. Und diese Schwingung, diese Systemdynamik, die wollen wir uns anschauen. Also im Wesentlichen die Bewegungsgleichung dieses Systems. Und da sind ein paar Dinge, die man natürlich berücksichtigen muss. Einerseits ist diese wandernde Masse da, was natürlich das Trägheitsmoment ändert. Das wollen wir typischerweise, wie Sie vielleicht wissen, nicht haben, dass sich das Trägheitsmoment zeitlich ändert. Sondern wir bilden lieber die beiden getrennt ab. So wie wir das immer machen in der Lagrange-Mechanik. Also wir schauen uns die Kreisscheibe separat von der Unwucht an. Und können dann entsprechend die Koordinaten dieser massenpunktartigen Unwucht hinschreiben. Und davon nur die Translation. Dann passt das auch wieder. Dann brauchen wir wieder kein zusätzliches zeitlich veränderliches Trägheitsmoment ansetzen. Weil das der Scheibe ist ja konstant. Und dann werden wir am Weg noch ein paar andere Dinge sehen. Aber ich glaube, das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Also erste Sache ist einmal, wir überlegen uns einmal, wie wir da die Koordinaten anschreiben. Ich zeichne da einmal einen Winkel ein. Und dieser Winkel heißt Phi. Typisch für Lagrange-Beispiele heißt das meistens Phi. Das heißt, kann man gemessen von dem Koordinatensystem einmal hinschreiben, dass wenn das Rad den Radius R hat, dass das R Kosinus Phi sein muss. Diese Höhe. Und von der Achse hier weg, von dem Dreieck R Sinus Phi. Und die Länge der Feder bezeichne ich noch mit Groß L. Die ändert COA. Also das ist eine Funktion der Zeit, klarerweise. Und schlägt sich dann in der potenziellen Energie nieder, in der Federenergie. Ansonsten würde ich sagen, wir haben alles und können einmal die Koordinaten selbst hinschreiben. Die Koordinaten für die Kreisscheibe, die sind einfach. x groß M ist einfach x und y groß M, der Schwerpunkt der Scheibe, ist immer 0. Der liegt immer auf der x-Achse. Das ist einfach. Für den Massepunkt x klein m haben wir natürlich hier diesen Abstand hier. Das zeichnen wir vielleicht ein. Das hier ist x klein m. Das ist also dann x minus das, was die Masse wieder zum Ursprung zurückgerollt ist. In Horizontalrichtung, nämlich R Sinus Phi. Und y M ist in dem Koordinatensystem, wo ja die y-Achse nach oben zeigt, negativ. Nämlich minus R Kosinus Phi. Vom Schwerpunkt der Rolle und damit auch von der x-Achse und vom Achsensystem der y-Abstand. Und daraus kann man sich natürlich die Geschwindigkeiten ausrechnen. Einfach ableiten. Das ist wieder für die Scheibe überhaupt keine Schwierigkeit. Das kriegt einfach alles an Punkt. Beziehungsweise 0 bleibt 0. Und für die kleine Unwuchtmasse muss man schon aufpassen, weil wir haben natürlich x, das zeitabhängig ist. Aber wir haben auch Phi, was zeitabhängig ist. Nämlich R Phi Punkt Kosinus Phi. Und Y M dann Kosinus ist dann Minus Sinus. Also R Phi Punkt Sinus Phi mit dem Minus oben. Das sind dann die Geschwindigkeiten vom Massenpunkt. Und dann brauchen wir noch folgendes. Wir brauchen noch einen Trägheitsmoment. Für die Teile im System, die tatsächlich eine Rotationsenergie haben. Und das ist nur die Kreisscheibe. Und die Kreisscheibe bezogen auf ihren Schwerpunkt immer hat 1,5 m R Quadrat. Das ist immer das gleiche Prinzip. Insbesondere bei Lagrange Beispielen. Einerseits, damit es klar bleibt. Und andererseits, weil man sich sonst Fehler einhandeln könnte, die man gar nicht sieht unbedingt. Nämlich dann, wenn der Bezugspunkt zeitlich veränderlich ist für die Trägheitsmomente. Das heißt, die Vorgehensweise ist immer, ich zerlege die Bewegungen in Rotation um den Schwerpunkt und in der Translation des Schwerpunkts gegenüber dem Koordinatensystem. Und das ist da genau das Gleiche. Wir zerlegen es in eine Rotation, wo wir dieses Trägheitsmoment der Kreisscheibe um den eigenen Schwerpunkt brauchen. Und haben dann natürlich zusätzlich noch eine translatorische Bewegung um X drinnen. Und für die Masse ist es genau dasselbe. Die Masse hat nur, weil wir ja Koordinaten haben da zu X und Y im Koordinatensystem zum Ursprung, hat die Masse natürlich als Punktmasse nur translatorische Bewegung. Und keine Rotation, weil die Punktmasse um sich selbst, wenn die rotiert, gibt es kein Trägheitsmoment. Und das verschwindet. Also das ist unabhängig davon, ob das hier auf einer Kreisscheibe, also auf einer Kreisbahn sich bewegt oder nicht. Ich kann immer die Bewegung zerlegen in Rotation um den eigenen Schwerpunkt und Translation gegenüber des Koordinatensystems. Und das ist typischerweise das, was einfacher hinzuschreiben ist. Weil man sich dann keine Gedanken darüber machen muss, geht das jetzt mit dem Trägheitsmoment überhaupt oder ändert sich das auch über die Dynamik hinweg. Das passiert nämlich öfter, als man glaubt. Okay, und dann kommen wir im Grunde zur Zwangsbedingung und die Zwangsbedingung ist hier nichts anderes als die Rollbedingung für die Scheibe. Die Scheibe rollt ja ab am Boden, damit haben wir den Winkel Phi und damit lässt sich diese Koordinate Winkel Phi, die ja vollständig die Masse klein m beschreibt, direkt abbilden über die Koordinate x. Das ist die Zwangsbedingung und das beantwortet dann hoffentlich auch die Frage nach dem Freiheitsgrad, nach den Freiheitsgradrechnungen. Nämlich, natürlich ist Phi x über R, wenn das Rad Radius R hat und damit natürlich Phi Punkt auch x Punkt über R, R bleibt konstant. Das kann man verwenden, um es dann bei den Energien später einsetzen zu können. Also, einmal translatorische Bewegung des Schwerpunkts der Walze, der Kreisscheibe. 1,5 m v Quadrat. V ist x Punkt für unsere Walze. Die hat nur Geschwindigkeit horizontal. Und dann die Rotation. 1,5, Trägheitsmoment um den Schwerpunkt und die rotiert natürlich mit Phi Punkt. Also Phi Punkt Quadrat. Und für die Punktmasse nur noch 1,5 m und ihre Geschwindigkeiten zum Quadrat ausgedrückt in diesen x- und y-Koordinaten. Die Energien sind ja alle skalar. Das darf ich also in alle Richtungen nehmen und einfach aufsummieren. Ist das gleiche, wie wenn Sie den Vektor nehmen würden, dieser Geschwindigkeit hier hinten, und dann davon das Quadrat bilden. Weil das Quadrat eines Vektors ist das Skalarprodukt mit sich selbst. Und dann steht wieder das hier. Kann man das gleich hinschreiben. Und das andere Argument ist eben, Energie ist sowieso skalar. Okay. Und dann führen wir das aus. Da vorne kann man so ziemlich alles stehen lassen. 1,5 m x Punkt Quadrat. Wir setzen das Massenträgheitsmoment ein. Ja, da machen wir gleich ein Viertel draus. 1,5 m r Quadrat Phi Punkt Quadrat. Und dann 1,5 m. Und dann führen wir da das aus entsprechend. Quadrieren wir gleich. x m steht eh noch hier herüben. ist dann x Punkt Quadrat minus 2 x Punkt Phi Punkt R Cosinus Phi plus r Quadrat Phi Punkt Quadrat. Cosinus Quadrat Phi, das ist das x m Punkt Quadrat und plus r Quadrat Phi Punkt Quadrat Sinus Quadrat Phi aus dem y m Punkt Quadrat. Dann kann man da wieder Cosinus Quadrat, Sinus Quadrat zusammenfassen. Die stehen da eh schon nebeneinander. und kann an und für sich, das schreiben wir so her, das ist nur r Quadrat Phi Punkt Quadrat und kann dann die ganzen Phi's und Phi-Punkts, die da vorkommen, ersetzen durch unser x über r. Durch die Rollbedingung. Wenn wir uns dafür entscheiden, dass x die relevante generalisierte Koordinate sein soll. Wenn sie es mit Phi rechnen wollen, dann ersetzen sie halt die x und x Punkt durch Phi. Geht genauso. Das heißt, unsere kinetische Energie ist dann 1,5 m x Punkt Quadrat plus, ja, da kann man schon was wegkürzen, das machen wir gleich, 1,5 m, oder schreiben wir es, nein, schreiben wir es ab, ist wurscht. r Quadrat Phi Punkt Quadrat ist x Punkt Quadrat durch r Quadrat, dann kürzt sich dieses r Quadrat da weg und 1,5 m x Punkt Quadrat minus m x Punkt r, ja, muss man da wieder ein bisschen Platz sparen, x Punkt durch r, also das ist dieser zweite Term da, in den ich jetzt einsetze, einmal das 1,5 kürzen natürlich mit dem 2er weg, dann habe ich das x Punkt, das Phi-Punkt eingesetzt, das ist x Punkt durch r, das r hierher geschrieben und das Phi-Punkt, und das Cosinus Phi dann entsprechend auch eingesetzt, das ist Cosinus x durch r. Dann kann man da wieder kürzen und dann noch den letzten Term, nämlich 1,5 m r Quadrat und wieder x Punkt Quadrat durch r Quadrat. Also kürzen wir das hier und wir kürzen das hier und dann führen wir das Ganze zusammen, können das x Punkt Quadrat rausheben und kriegen da ein 3 Viertel groß m plus klein m 1 minus Cosinus x durch r, ja, das ist die einzige Winkelfunktion, die überbleibt und x Punkt Quadrat haben alle gemeinsam. Lässt sich rausheben. Und dann kann man, damit wir dieses 1 minus wegbringen vom m, dann wird es einfach angenehmer zu rechnen, kann man noch ein bisschen manipulieren und ich glaube, ich überlasse Ihnen das selbst, das herauszufinden oder zu überprüfen zumindest. Ich schreibe Ihnen dann die Idee hin. Das ist nämlich das gleiche wie 2m Sinus Quadrat x durch 2r, das was da steht. Das ist angenehmer und deswegen rechnen wir mit dem. Was ist die Idee? Wie zeigt man das, dass man von hier nach hier kommt? Naja, Sie können ja, kurze Nebenbemerkung da, Sie können ja die Winkelfunktionen mit e-Funktionen darstellen. Und wir wissen, der Cosinus Phi oder hoffentlich wissen wir es, ist e hoch i Phi plus e hoch minus i Phi halbe und der Sinus Phi ist mit einem Minus e hoch i Phi minus e hoch minus i Phi durch 2i. Das ist diese Euler'sche Darstellung. Und da sehen Sie auch die Symmetrie, Cosinus ist symmetrisch, Sinus ist antisymmetrisch und so, aber das braucht uns jetzt nicht interessieren. Was wichtig ist, ist, wir können jetzt diesen Cosinus da darstellen, also das Ganze, 1 minus Cosinus x durch r oder Cosinus Phi der Einfachheit halber und können zeigen, dass mit diesen beiden Formeln genau 2 Sinus Quadrat x durch 2 r rauskommt. Und das überlasse ich Ihnen, das zu zeigen. Sie brauchen es im Grunde nur da rechts einsetzen und schauen, ob die beiden Seiten das Gleiche sind. Dann hat man das gezeigt. Das sind manchmal so Tricks, die man ganz gut brauchen kann. Natürlich können Sie mit dem anderen Arbeiter rechnen. Es ist nur einfach mehr Arbeit dann beim Ableiten. Gut, dann die potenzielle Energie. Die ist jetzt auch noch einmal spannend, weil wir haben natürlich die potenzielle Energie der Lage, die ist nicht so spannend, die ist einfach die y-Komponente der Unwucht, mal m mal g, die Komponente da. Nachdem wir die schon negativ haben, ym ist ja im Koordinatensystem schon negativ, passt das auch. Wir liegen unterm Nullniveau, x-Achse ist das Nullniveau, wie wir wissen, und damit ist die dann insgesamt negativ, wenn wir ym einsetzen. Weil wir ja, Plausibilitäts-Check, Energie brauchen, um die Masse zum Nullniveau hochzuheben. Damit muss sie negativ sein, die potenzielle Energie. Und dann kommt die Federenergie. Und die Federenergie ist grundsätzlich eine halb Federkonstante mal gedehnte Länge zum Quadrat. Die heißt bei mir Delta groß L, machen wir es vielleicht in Klammer, das Ganze zum Quadrat. Und da ist jetzt die Frage, was ist Delta groß L zum Quadrat? Das ist noch einmal eine spannende Frage. Grundsätzlich ist die gerade gedehnte Länge das L, das wir da oben grün eingezeichnet haben. Und die ungedehnte Länge ist A. Also ist das L minus A zum Quadrat. Wir haben aber hier ja ein rechtwinkliges Dreieck. Und wir haben definitiv nicht vor, noch einmal irgendeine zusätzliche Variable einzuführen. Und damit müssen wir das L ausdrücken durch schon verwendete Variablen, nämlich insbesondere dadurch das X. Das ist ja eine Kathete unseres Dreiecks. Und das A ist mit Konstant A im Dreieck ja gegeben. Das bleibt ja immer A, egal wie weit es da mit dem Dreieck geht. Ändern tut sich nur X. Also sollten wir dieses ganze Ding da nur durch X und A ausdrücken können. Und das geht natürlich, weil wir können ja da die Hypotenuse, L ist die Hypotenuse, darstellen aus dem Pythagoras als Wurzel A Quadrat plus X Quadrat. Minus A bleibt stehen. Das Ganze noch einmal zum Quadrat. Und dann können wir hier durch A Quadrat durchdividieren. Dann ist da X durch A zum Quadrat. Ein A rausheben. Dann haben wir hier ein A und hier ein A. Und dann kann man das ganze A noch vor die Klammer ziehen und landen bei einem A Quadrat vor der Klammer. Klammer Wurzel 1 plus X durch A zum Quadrat minus 1 und das Ganze zum Quadrat. Das ist eine mögliche Darstellung für unsere Länge. Und das kann man in die potenzielle Energie rück einsetzen und kriegen hier minus Mg, so jetzt habe ich das Y gerade weggeschoben, R Kosinus Phi und ich setze auch hier für das Phi gleich ein X durch R aus unserer Rollbedingung, damit das wieder weg ist, das Phi und dann plus ein halb C A Quadrat und diese ganze Klammer Wurzel 1 plus X durch A zum Quadrat minus 1 alles zum Quadrat. Das ist die potenzielle Energie. Und dann schreibt sich die Lagrange-Funktion sehr schnell hin. Kinetische minus potenzielle Energie einfach abgeschrieben. Eckige Klammer nehmen wir mit von oben. 3 Viertel Groß M plus 2 Klein M Sinus Quadrat X durch 2 R das Ganze mit X Punkt Quadrat plus Mg R Kosinus X durch R weil da oben in der kinetischen, ach, jetzt sage ich schon wieder kinetisch. Da oben in der potenziellen Energie war ja Minus. Minus potenziell ergibt ein Plus. Dafür wird der Federterm negativ, nämlich ein halb C A Quadrat Wurzel 1 plus X durch A zum Quadrat Minus 1 und das Ganze zum Quadrat. So, und dann ist alles da. Bitte da auch wieder die Erinnerung. Das Quadrat zeigt es Ihnen eh. Die Federenergie kann minimal nur Null werden. Die Federenergie kann nie negativ werden, weil ja das Quadrat erstens mathematisch gesehen hier überall das Quadrat steht und andererseits physikalisch gesehen kann Ihnen die Feder ja keine Energie aus dem System rausziehen. Sie kann nur Energie speichern in einem gedehnten oder gestauchten Zustand und dann wieder zurückgeben ans System. Aber sie kann keine Energie rausnehmen. Okay. Und daraus lässt sich jetzt natürlich sehr schön die Bewegungsgleichung ableiten. Und das ist schon ein bisschen Rechenarbeit, aber es ist nur eine Bewegungsgleichung. Wieder in Kurzschreibweise die totale Zeinableitung als dt geschrieben. Wir schreiben die Bewegungsgleichung in X, weil das unsere übrig gebliebene Koordinate ist. Also X-Punkt-Ableitung der Lagrange-Funktion minus partielle X-Ableitung der Lagrange-Funktion ist gleich Null. Euler-Lagrange-Gleichung. dt. Und dann leiten wir nach X-Punkt ab. Wenn wir nach X-Punkt ableiten, gibt es nur diesen vorderen Term da. Wir können also, wenn Sie wollen, den Zweier da vorne herschreiben. Wir können aber im Grunde den Zweier auch gleich durchkürzen. Nämlich 3 halbe Groß M plus da rein multipliziert 4 M Sinus Quadrat X durch 2 R. Ich mache da jetzt sicherheitswerber eine Klammer drum. Das ist das Argument vom Sinus. Und ja, also und ein X jetzt fehlt uns eine Klammer, nämlich machen wir es so. Ein X-Punkt bleibt natürlich über und das Ganze muss dann noch Zeit abgeleitet werden. Und dann gibt es hier ein Minus wieder vorsichtshalber eckige Klammer und dann muss man nach X ableiten. So und nach X abgeleitet gibt es jetzt mehrere Dinge. Nicht vergessen, es gibt auch hier vorne das X. Das liefert ein Term. Es gibt hier das X und es gibt hier in der Wurzel das X. Da muss man ein bisschen Kettenregel anwenden. Das ist alles relativ verschachtelt, was da rauskommt. Wir haben einmal 4M Sinus X durch 2R Cosinus X durch 2R innere Ableitung 1 durch 2R X-Punkt Quadrat. Wie kommt das jetzt zustande? Ganz kurz an diesem einen Term erklärt. 2 mit der Ableitung vom Sinus Quadrat runtergebracht liefert den 4er. 2 mal 2. M Sinus ist dann abgeleitet Außen mit dem Quadrat x durch 2R das Argument übernommen. Die Ableitung vom Sinus selbst ist das nächste. Das ist der Cosinus von x durch 2R. Die innere Ableitung ist dann nach x 1 durch 2R und das x Punkt Quadrat ist das x Punkt Quadrat das da hinten schon gestanden ist. Also einfach schrittweise durchgehen. Und das gleiche für die anderen Terme nämlich dann kommt da hinten ein Minus Mg R Sinus X durch R vom Cosinus ist Minus Sinus innere Ableitung 1 durch R und bei der Wurzel ist es ganz besonders interessant. Da ist es Minus 1,5 C A Quadrat Quadrat haben wir da. Also kommt ein Zweier runter. Das ist die Ableitung der Klammer. Dann müssen wir natürlich die Klammer abschreiben. 1 plus x durch A Quadrat Wurzel draus Minus 1 Klammer und dann die Klammer selbst ableiten und das schreibe ich jetzt da runter. dann haben wir da entsprechend 1,5 von der Wurzel Ableitung. Die Wurzel wird zu 1 durch Wurzel. Das schreiben wir aus Bequemlichkeitsgründen als hoch Minus 1,5 an. 1 plus x durch A Quadrat hoch Minus 1,5 und die innere Ableitung nämlich die innere von dem Term da liefert dann wieder ein zweier aus dem Quadrat x durch A und innere von x durch A von der runden inneren Klammer 1 durch A Klammer zu das Ganze ist gleich 0 ok schaut mühsam aus aber einfach systematisch durchgehen dann ist das nicht so schwierig und dann kürzt sich einiges raus und wir machen vorne die Zeitableitung und dann sehen wir dass da eigentlich was kompaktes rauskommt nämlich 3 halbe groß m plus 4 klein m Sinus Quadrat x durch 2 r mal x 2 Punkt das ist dieser vordere Term der Beschleunigungsterm und dann zusammengefasst alles was hinten passiert 2m durch r x Punkt Quadrat Sinus x durch 2 r Cosinus x durch 2 r Das ist das meiste an Termen das lasst sich alles ein bisschen zusammenfassen weil viele Sinus und Cosinus vorkommen und und dann genau und dann haben wir mg ist der mittlere der wird positiv natürlich r Sinus x durch r und was fehlt uns noch genau der der hinterste Term liefert im Endeffekt c mal x 1 minus 1 durch Wurzel 1 plus x durch a Quadrat Ja sollte passen also die Wurzel entsprechend diesen ganzen hinteren Wurzel Term entsprechend aus multipliziert und raus gekürzt kürzt sie insbesondere das a Quadrat weg und dann landet man bei diesem Term also bitte sonst einfach noch einmal nach rechnen und ausprobieren sollte hoffentlich hin haben das ist unsere allgemeine Bewegungsgleichung für das System Ja und dann war noch gefragt was ist jetzt mit einer Näherung also kleine Auslenkungen und natürlich auch linearisiert heißt einerseits laut Angabe x durch r ist sehr viel kleiner 1 und x durch a ebenfalls völlig richtig das r darf da drinnen sein sonst stimmt es dimensionsmäßig gar nicht danke sehr so also x über r ist sehr klein und x über a ist sehr klein und natürlich alle Quadrate also Sinus Quadrat geht gegen 0 und Sinus wird das Argument Cosinus wird 1 so wie wir das kennen aus den Tellerreihen Entwicklungen also Sinus ich schreibe da Phi Sinus Phi würde Phi werden Cosinus Phi würde 1 werden sind so die Näherungen die man halt macht mit der Tellerreihen Entwicklung immer nur der erste Term der Tellerreihe und dann kommt man nämlich auf sehr was Einfaches dann fallen nämlich etliche Terme weg dann haben wir hier 3 halbe Groß M plus ja plus nix also 0 weil das ein Sinus Quadrat ist mal x 2 Punkt dieser ganze erste Term und der mittlere Term fällt weg weil wir hier das x Punkt Quadrat drinnen haben das fällt auch unter Linearisierung fällt raus was überbleiben muss ist der Gewichtskraft Term und der Term da hinten fällt auch raus weil die Wurzel unten wird 1 plus x über a ist sehr viel kleiner 1 also x über a nehmen und quadrieren dann wird der gegen 0 gehen der Term das heißt die Wurzel aus 1 ist 1 und dann habe ich da stehen 1 durch 1 ist 1 1 minus 1 ist 0 damit fällt der ganze Term weg plus m mal g x über r ist das einzige was überbleibt Sinus das Argument rausgenommen wegen der Tellerei das heißt man sieht für eine Linearisierung eine lineare Näherung spielt die Feder auch keine Rolle mehr was ja eigentlich relativ interessant ist also es ist nur mehr dann sozusagen die Unwucht die tatsächlich eine Rolle spielt für die Bewegung und wenn man sich um schreibt auf eine Normalform kommt man da auf x 2 m mal g durch 3 m r Quadrat mal x ist 0 also eine klassische Schwingungsgleichung die dann nur noch durch die Unwucht bestimmt wird also eigentlich ein relativ erstaunliches Ergebnis aber Linearisierungen sind halt nicht immer der Weisheit letzter Schluss 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3